Die Entwicklungen des gestrigen Tages haben aus meiner Sicht noch einmal klargemacht, was für einen schwerwiegenden Fehler Jerome Powell mit seinen Aussagen bei der letzten Pressekonferenz gemacht hat, als er sagte, unnötigerweise gesagt hatte, ja, wir haben schon über Zinssenkungen gesprochen. Seitdem sind die Märkte außer Rand und Band und jetzt können FED-Mitglieder sagen, was sie wollen. Es wird ihnen nicht mehr geglaubt, solange der FED-Chef selbst nicht irgendwann mal das Wort ergreift und sagt, so geht es nicht weiter, denn gestern, da haben wir eine höher als erwartete Inflation gesehen. Was aber passiert an den Märkten? Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zinssenkung im März dann kommen wird, ist sogar gestiegen statt gefallen. Eigentlich ja total paradox und insgesamt erwarten die Märkte jetzt sechs bis sieben Zinssenkungen der FED. Also auf jeder Sitzung der FED nach der Januarsitzung meinen die Märkte, würden die Zinsen gesenkt werden. Das haben die gestrigen Zahlen nicht hergegeben und jetzt haben wir die Situation, dass die USA und Alliierte die Houthis bombardiert haben. Der Ölpreis steigt, die Financial Conditions, die ja so massiv sich aufgelockert haben wie noch nie in der Geschichte, könnten jetzt in Kombination mit diesen geopolitischen Spannungen dann zu einem weiteren scharfen Anstieg der Inflation führen oder zumindest zu einem Anstieg der Inflation führen oder zumindest dazu führen, dass die Inflation lange nicht so runterkommt, wie die Märkte das lange erwartet haben, sodass die Notenbanken dann viel, viel weniger an der Zinsschraube drehen können, als die Märkte derzeit einpreisen. Das ist die aktuelle Situation. Schauen wir uns die Gemengelage mal an. Gestern ja die Inflationsdaten höher. Sowohl CPI, also in der Headline, als auch in der Kernrate. Und wir sehen die March Rate Cut Expectations sind sogar gestiegen. 68% jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen gesenkt werden, so die Fed Fund Futures. Also schon ein bisschen paradox. Und hier sehen wir das. Ab der März-Sitzung ist praktisch hier eingepreist, dass auf jeder Sitzung jetzt die Zinsen fallen werden. Das ist wirklich schon eine sehr erstaunliche Entwicklung. Und das trotz, wie gesagt, der deutlich höheren Inflation und der Aussichten, dass das auch nicht so fürchterlich besser wird mit der Inflation. Und das angesichts eben dieser massiven Aufweichung der Financial Conditions. Damit schaffst du dir ein neues Problem. Du hast die Märkte animiert, sozusagen die Animal Spirits wieder auszupacken. Die Instinkte, die Gier wieder angefacht. Und jetzt musst du gucken, wie du das Ganze wieder in die Flasche bekommst. Die Fed Minutes hatten ja schon darauf hingewiesen. Das könnte unsere Aufgabe erschweren, wenn die Financial Conditions sich lockern. Und so gestern Mester, wie auch Goodsby, wie auch der Chef der Richmond, Fed Barkin, die gesagt haben, nee, also März, das ist zu früh. Das wird sehr wahrscheinlich nicht passieren. Und der Mester zum Beispiel sagte, es ist nicht so, dass wir jetzt begeistert sind, wenn wir sehen, dass der Fortschritt in Sachen Inflation zum Stoppen gekommen ist. Aber genau das scheint jetzt gerade passiert zu sein. Das liegt nahe, dass wir mehr zu tun haben. Und wir sind bereit, auch mehr zu tun. Also das ist ja fast eine Andeutung von Zinsanhebungen statt einer Zinssenkungsandeutung. Die Fed gestern mit neuen Daten zu ihrem Balance Sheet ist gestiegen. Das erste Mal seit langer Zeit. 5,7 Milliarden, jetzt nicht viel, aber ein bisschen. Also die Bilanzsummenreduzierung geht ja nicht weiter. Große Diskussion derzeit. Wie schaut es aus? Muss das Tempo der Bilanzreduzierung gesenkt werden? Auch dagegen haben sich ja einige Fed-Mitglieder zuletzt ausgesprochen. Auch Mester zum Beispiel. Gleichzeitig sehen wir Zuflüsse in Geldmarktfonds. Wieder 10 Milliarden in der letzten Woche zugeflossen. Jetzt ganz knapp unter 6 Billionen Dollar, die in diese Geldmarktfonds geflossen sind. Und jetzt könnte ab März eine sehr interessante Konstellation entstehen. Denn im März, so hat es jetzt auch der Vice Chair for Supervision Michael Barr gesagt, wird dieses Bank Term Funding Programm aufhören. Das ist ja ein Programm, das Banken zu Sonderkonditionen ermöglicht, Geld aufzunehmen bei der Fed. Das tun sie in regen Umfang, um es dann höher verzinst woanders anzulegen. Also eine Art bedingungsloses Grundeinkommen für Banken. Und das war die Reaktion der Fed auch auf die Bankenkrise im März, April letzten Jahres. Und wir sehen, dass das Volumen der Reverse Repo Transaktionen, mit denen die Fed faktisch Liquidität ins System führt, dass das Volumen immer weiter runter geht. Je stärker das Volumen runter geht, umso mehr Liquidität im Grunde für die Märkte. Wenn aber jetzt das Volumen bei Null ist, dann ist Ende Gelände, dann passiert nichts mehr. Und das dürfte spätestens im März passieren, wenn das so weitergeht. Das heißt, da kommt keine Liquidität. Und gleichzeitig würde das Bank Term Funding Programm, BTFB, auslaufen. Das wäre dann eine sehr, sehr interessante Situation, nicht nur für die Banken in den USA. Nochmal schnell hier jetzt zu den geopolitischen Ereignissen, denn das wird wichtig. Die Amerikaner und die Briten und Alliierte haben jetzt Militärschläge im Jemen gemacht, heute Nacht. Damit haben wir die erste Expansion, wenn man so will, des Israel-Gaza-Krieges, des Israel-Hamas-Krieges. Und dass das früher oder später passieren muss, war eigentlich klar, denn die Kosten sind immens. Treibstoff, Zeit, Kapazitäten, Versicherungskosten steigen, Lagerkosten steigen, weil man eben länger die Dinge einlagern muss. Und Lieferkettenprobleme waren die Folge mit der Situation, dass Tesla jetzt zum Beispiel zwischen 29. Januar und 11. Februar, also praktisch zwei Wochen komplett, mal eben die Gigafactory in Berlin schließen muss. Also praktisch hier passiert nichts mehr. Das zeigt die Auswirkungen. Und warum jetzt letztendlich unter Führung der Amerikaner dieser Schlag erfolgte, das ist alternativlos. Ich bin kein Anhänger von Krieg, aber du kannst nicht zulassen, dass ein paar, wie soll man sagen, Spinner irgendwie hier herkommen und dann das Rote Meer bombardieren und damit letztendlich komplett die Weltwirtschaft in Schieflage bringen. Das kann man nicht akzeptieren. Dementsprechend musste man etwas tun. Mal sehen, wie das jetzt weitergeht. Hier sehen wir mal jetzt die Proteste auch vor dem Weißen Haus. Hände weg von Jemen und Free Palestine wird hier gerufen. Jetzt sind offenkundig 60 Ziele angegriffen worden in 16 Houthi-Locations im Jemen. Über 100 Präzisionsmissiles sind dabei verwendet worden. Also schon ein relevanter Schlag. Die Saudis haben in einer Erklärung gesagt, wir sind tief besorgt, haben aber weder für die Amerikaner noch für die Houthis hier in irgendeiner Form Partei ergriffen. Die Houthis wiederum warnen Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate, wir gibt ihren Luftraum frei für diese Attentate und Saudi-Arabien ja ein Nachbarland vom Jemen. Also wir sehen diese geopolitischen Dimensionen, vor allem was den Iran betrifft. Das könnte sich jetzt nochmal aufspulen. Das ist diese Metastasierung dieses Nahost-Konflikts, von dem die Märkte ja immer noch glauben, das sei irgendwie überhaupt kein Problem, sei begrenzt. Interessiert uns nicht, aber gestern dann ja das Kapern eines von den USA beschlagnahmten Öltankers durch den Iran, das in Kombination mit Warnungen eben der Räder, die sagen, also wenn das nicht aufhört, dann wird das weiter in Sachen Liefergeschichten sehr, sehr schwierig. Jetzt sehen wir allerdings schon eine Reaktion beim Ölpreis, knapp 74 Dollar in Reaktion eben auf diese geopolitische Expansion des Israel-Hamas-Konfliktes, wenn man so will. Heute wichtig nach den Versuchsdaten, gestern 14.30 Uhr dann die Erzeuger-Pricey und die dürften wieder steigen, so die Prognose, denn wir haben jetzt, und das sind ja die Daten aus dem Dezember, wir haben ja nicht wie im November eine Energie-Deflation gesehen, das ist so nicht passiert oder zumindest nicht in der Dimension, deswegen dürften die Erzeuger-Preise wieder leicht steigen. Wir hatten ja im letzten Monat einen Rückgang, aber die drei Monate davor ging es nach oben mit den Erzeuger-Preisen, also diese Tendenz dürfte sich wieder aufnehmen und weil die Märkte davon ausgehen, wenn wir jetzt nochmal zur FED- und zur Geldpolitik kommen, dass die Zinsen so stark sinken werden in den USA, ist man auch sehr, sehr short in Dollar, größte spekulative Short-Position seit 2020 im US-Dollar. Jetzt kommen heute die Banken, wir haben vorhin schon das Bank-Term-Funding-Programm und anderes angesprochen, wir haben jetzt die größte Rallye bei Bankaktien seit 2021, nachdem der Cheromi gesagt hat, ja, die Zinsenkung klar haben wir uns übergesprungen, gell, und heute kommen BlackRock, kommen die Bank of America, kommt die Wells, kommt die JP Morgan, am wichtigsten JP Morgan, 13 Uhr Aktie auf Allzeithoch in diesem Bereich und 14 Uhr dann Citigroup, also heute beginnt die Berichtssaison und sie beginnt mit den Banken, jenen Banken, die zwischen, die jetzt im letzten Jahr das größte Volumen an Pleite-Assets hinnehmen mussten, größer als in der Finanzkrise, damals sind allerdings mehr Banken pleite gegangen, diesmal ja in Anführungszeichen nur 5, aber das Volumen dieser Banken war ganz erheblich, sodass das Gesamtvolumen an Bankenpleiten, was die Assets betrifft, größer ist als während der Finanzkrise, Netschlash, das ist also schon mal eine interessante Entwicklung und dennoch die Bankaktien praktisch auf Allzeit, Hochregionalbanken nicht, aber auch die haben sich erholt und hier sehen wir jetzt, dass nur noch in Anführungszeichen 83% der S&P 500 Aktien über im 50-Tages-Durchschnitt handeln, das ist so eine ähnliche Struktur, wie wir sie im Juli gesehen haben, auch damals ja Rally und dann ging das zunächst langsam los und dann immer schneller, der Nasdaq hat jetzt, obwohl er gestern im Plus war, in den letzten 9 von 10 Tagen ein negatives Volume, also Aktien, die steigen, gegenüber Aktien, die fallen, also es stimmt mit der Marktbreite nicht mehr so ganz. Jetzt gucken wir noch nach China, Na, was machen die? Die haben eine Deflation, die haben eine Verbraucherpreise, minus 0,3%. Jetzt im Dezember, im Vergleich zum Vorjahr 04 war erwartet, die Erzeugerpreise sogar ein bisschen stärker gefallen. Man ist also in der längsten Strecke fallender Preise, seit 2009 auch eine Folge der Xi Jinping-Sozialistischen Planwirtschaftspolitik, päppelt die Staatsunternehmen und Sorge für Angst durch deine Antikorruptionskampagne, sodass niemand mehr etwas entscheiden will. Alle haben Angst, dadurch passiert nichts, dadurch so eine Art Starrheit, die sich in die Prozesse einschleicht. Die Folge sehen wir dann in dieser Deflation. Interessanterweise sind die Exporte angezogen wieder. Das liegt aber vorwiegend an Russland, weil die Handelsbeziehungen zu Russland stark zunehmen, während eben die Exporte nach Deutschland und in die USA rückläufig sind, sowohl Importe als auch Exporte. Also wir sehen eine Entkoppelung zwischen den westlichen Mächten und China, während China und Russland immer enger zusammenrücken, auch das Handelsvolumen hier deutlich zunimmt. Und was macht die EZB? Okay, da hatte ja der Vize-Louis Deggendorf zugegeben, ja, sieht nach einer Rezession aus. Wil-Roy, der Franzose, hat gesagt, also wir werden auf jeden Fall die Zinsen senken. Ich sage euch nur nicht genau, wann, liebe Kinder. Und Delagat hat jetzt gesagt, also wir werden nur dann die Zinsen senken, wenn wir sicher sind, dass die Inflation auf 2% fällt. Aber da dürfte sie noch lange nicht so sicher sein, denn die Inflation in Deutschland alleine wird ja deutlich steigen. Jetzt mal sehen, welche inflationären Auswirkungen die Sehuti-Militärgeschichten haben. Hier jetzt auch Tesla in Sachen China nochmal. Und die Deflation Tesla muss jetzt erneut die Preise senken für das Model 3 und das Model Y in China. Die Aktie ist das erste Mal seit November unter dem 200-Tagesdurchschnitt. Und es kommt ziemlich dicke derzeit. Erstens Nachfrageschwäche. Zweitens jetzt überholt worden durch BYD als größter E-Auto-Hersteller. Drittens jetzt diese Schließung in Berlin, Gigafactory. Und dann eben auch die Meldung, dass Herz über ein Drittel seiner Teslas verkauft, weil schlichtweg die Wartung zu teuer ist. Probleme mit Batterie und so weiter und so fort. Das dürfte die Gebrauchtwagenpreise für Tesla, die ohnehin im freien Fall sind, noch weiter nach unten bringen. Erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, gestern Bitcoin, wie sind die ETFs eigentlich gelaufen? Wie war die Nachfrage? Die Nachfrage war gut, aber der Preis macht nicht mehr so recht mit. Bitcoin aktuell unter 46.000 Dollar. Was da genau passiert ist? Und wie die Euphorie hier einzuordnen ist, lesen Sie in diesem Artikel. Meine These ist, sobald die ETFs da sind, noch ein bisschen zu warten, noch ein bisschen abwarten, bis Kohle reinfließt und dann wird der Preis fallen gelassen. Das deutet auch die Chart-Technik an, die hier Warnsignale nicht nur für Bitcoin, sondern auch für die Aktienmärkte im übergeordneten Bereich gibt. Das sei mal das Wichtigste gewesen mit diesen beiden Empfehlungen. Schauen Sie rein. 14.30 Uhr ist jetzt Holgerpreis. Ich sage Servus. Ciao.